Michael Rohl ist ein deutscher Synchronsprecher, Theater- und Fernsehschauspieler. Leben Michael Rohl stammt aus einer Filmfamilie. Sein Vater ist der Kameramann und Grimme-Preisträger Gernot Rohl. Bereits während seiner Schulzeit synchronisierte Rohl Filme. Später nahm Rohl Gesangs- und Schauspielunterricht und bekam 1982 die erste Kinorolle in Kraftprobe mit Hannelore Roga. Seit 1983 ist er einer der meistbeschäftigten Schauspieler im deutschen Fernsehen. In ganz Deutschland bekannt wurde Michael Rohl als junger Kriminalassistent Axel Hübner an der Seite von Günter Strack in der 32-teiligen Fernsehserie Der König. 1987 begann seine Karriere am Theater. Er ging unter anderem mit den Stücken Tod eines Handlungsreisenden und Andorra auf Tournee. Außerdem spielte er bei den Luisenburg-Festspielen in Wunsiedel. Michael Rohl hat drei Kinder. Er lebt von seiner Ehefrau getrennt in Traubing. Er engagiert sich in der Tabaluga-Stiftung für traumatisierte Kinder unter der Schirmherrschaft von Peter Maffay. Weitere Interessen Michael Rohl besitzt einen Berufspilotenschein für Hubschrauber, spielt seit seinem 20. Lebensjahr Golf, ist geprüfter Skilehrer und spielt Gitarre. Filmografie Auszeichnungen 1989 Deutscher Darstellerpreis Chaplin Schuh des Bundesverbandes Deutscher Film- und Fernsehregisseure e. V. Als bester Nachwuchsschauspieler Gitarre